eine wunderschöne guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play fifa 18 ultimate team mit paxers wie ihr seht ist hier nicht das nächste spiel ich glaube das letzte die letzte aufnahme war so beendet dass ich ein spiel gemacht habe und gesagt habe okay schneidet das wieder zusammen dass es wieder zwei spiele einer aufnahme sind ich habe noch zwei spieler letzten weekend liegt die ist vorbei ich hatte noch zwei spiele ich hätte ein spiel gewinnen müssen für gold 2 und es war halt mitten in der nacht wo ich dann noch ein spiel gemacht habe von den zwei letzten spielen und ich hatte null bock eine aufnahme zu machen was dazu zu sagen oder sonst was ich habe es einfach gespielt habe auch direkt das erste spiel gewonnen und habe dann das letzte spiel wo es ja nur nach darum gegangen wäre dass ich noch ein sieg zum beispiel für die monatswertung wohl habe ich einfach gelassen ich bin total zufrieden dass ich gold 2 noch geschafft habe die weekend ging ja so scheiße los controller war kaputt hat einen fetten wacker kontakt ich habe jetzt neue controller ich habe mir so ein xbox 360 imitat controller geholt bei amazon sieht genauso aus wie ein xbox 360 controller genau gleich in der hand die knöpfe sind alle komplett gleich er ist vielleicht ganz 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 kleinen tick schwerer aber wirklich schon ganz kleinen tick die knöpfe auf dem xbox controller a x y b die auf der ps also der playstation halt dreieck x4 und so sind und kreis die sind in tick weicher und tick matschiger als bei dem xbox 360 controller wirklich auch nur ein klein wenig und nicht und nicht schlimm oder so also glaube ich dass es beim spiel den unterschied macht und alle anderen tasten fühlen sich eigentlich fast gleich an würde ich sagen also vielleicht sind die schultertasten vom gefühl her noch ein tick anders aber im großen und ganzen ja also ich würde jetzt nicht sagen dass er sich irgendwie schlechter anfühlen würde ich habe nicht damit gespielt aber so bedienung geht alles er war super gut bewertet und er kostet halt nur 16 euro xbox 360 original controller kostet glaube ich 30 oder 40 euro deswegen habe ich den genommen wenn er nicht gepackte gepasst hätte ich zurückgeschickt aber er sieht spitze aus und ja ich denke mal ich also ich bin bis jetzt zufrieden ich bin gespannt wie er sich spielen lässt aber wie gesagt er fühlt sich einfach so gleich an deswegen ja die belohnungen ab und dann schneide ich wieder so dass dann nach der belohnung es ein zwei spiele da hinten an gibt und ich will jetzt aufpassen dass ich das kabel halt nicht mehr verpackt ach jetzt habe ich scheiße angeschlossen das kabel weiß probiert ach na ja ist egal ich muss dann das kabel noch mal umstecken bevor ich spiele aber ich werde jetzt wieso nicht spielen sondern wir wollen jetzt bloß die belohnungen aufmachen ja leider nur zwei packs weil wir wie gesagt nur gold 2 geworden sind alles macht nix oh die sind jetzt so weihnachtlich aus macht aber auch nichts wir fangen mit dem klein an das letzte pack opening war mit eines der schlechtesten was ich überhaupt hatte in fifa 18 obwohl es gold 1 war deswegen ich hoffe dass es diesmal besser ist ich meine es kann doch besser werden wir hatten keine leinwand spieler wenn mich recht im sinne oder hat der leinwand spieler ich glaube nicht wir haben ein inform inform wir haben inform was ist es ok ist totaler schrott inform es ist ein 76er scheiß inform den der halt abstoß informat wird halt nichts wert sein 10.000 keine ahnung aber ist egal wir haben die informe sind 10.000 ich freue mich über jeden spieler der 10.000 wert ist geil schade dass es halt so ein kack inform ist aber das macht nichts also damit kann ich absolut leben wir gucken was er wert aber wie gesagt wird nichts wert sein 13.000 11 5 5 5 war das billigste echt der meinte 11.000 rein da würde schon denke ich weggehen aber wie gesagt ich bin niemand der sich darüber aufregt wir haben eine inform dass wir kriegen jetzt 10.000 coins oder so und das ok weiß also ist auf jeden fall mal nicht die schlechte pack opening auch wenn es in dem anderen vielleicht nur schrott drin ist so können wir direkt zwölf stunden machen ist sowieso nacht sie bad schule wichtiger kack spieler krass mit roglu 21 1950 ok der ist nichts wert jimenez die restlichen kobe nicht nach außer die silber spieler dann noch dabei die tasten sind ein bisschen lauter würde ich sagen aber es kann sein dass sie neu sind wenn ich ein bisschen abgespielt haben werden sie vielleicht leiser die tasten also die haptik ist ein tic schlechter zu sein aber ich glaube nicht so schlecht dass man das beim spiel merkt fühlt sich ganz gut an und wie gesagt ist halt so viel billiger aber ich werde ein fazit ziehen wenn ich damit die weekend die gespielt habe 1 6 1 6 ist das billigste ok er stemmen und 1 4 rein ich hoffe es ist nicht zu laut diese tastendruck dinge da für die aufnahme aber wie gesagt ich glaube wo ist denn da also hier ist mein xbox und brav hier liegen ja da ist deutlich leise auf jeden fall wo scheiße habe ich jetzt gemacht ach so schrott gedrückt ja deutlich leise aber auch wie gesagt ich kann mir vorstellen dass es sich noch ein bisschen gibt wenn wenn ich dann länger mit dem gespielt habe aber wenn das das einzige problem ist dass die taste ein bisschen lauter sind dann ist es mir auch egal 550 und latze haben wir schon aber da wird auch gar nichts wert sein 650 wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen für die squad building challenge bei 650 ist doch recht viel und schlechten spieler ich stelle mal rein für 600 und jetzt das große pack kommen noch eine inform bitte noch eine inform noch eine inform noch eine inform aus lange gedauert das info es ist nicht mal ein leihmann spieler dabei also das ist so bitter wie gesagt mir geht es nicht darum insgesamt geiles pack opening wir haben eine inform über 10.000 geil 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 aber es ist so bitter ein mega set ein großes set mit ich weiß nicht 18 seltenen oder so 18 seltenen karten und da ist nicht mal ein 83er dabei nicht mal ein 83er seltener goldspieler das ist so bitter und dann ist der beste anscheinbar man gala 79er was ist denn hier los fuck ey das sind so scheiß packs die sind echt zu kotze guckt euch das an wir haben auch nicht viele infomer viele seltene spieler diesmal viele seltene goldspieler sind diesmal nicht nur vier stück und 79 ist das beste das ist so traurig das gibt es überhaupt nicht da ist nichts wert das habe ich mir schon gedacht ich bin echt gespannt wie sich mit dem neuen controller spielen lässt aber ich denke mal ich werde dann schon im zweiten spiel gar nicht mehr daran denken dass es ein neuer controller ist 1000 nichts wert Luzano nichts wert ich bin so froh dass ich in dem anderen pack ein inform hatte und da wenigstens meine 10.000 rauskollegen und ich weiß wenn das nicht gewesen wäre wenn ich in dem anderen pack kein inform gehabt hätte und kein leinwand spieler oder nur einen schlechten leinwand spieler dann wäre das mit abstand das schlechteste pack gewesen weil hier ist ja wirklich nur scheiße drin auch krass 78er spieler mit 90 auf füße ist das ist ja heftig 90 auf füße ist als 78er nice wahrscheinlich mega krassen Stärkewert haben gucken wir uns direkt mal an geil 91 ausdauer 94 stärke deswegen hat er 90 füße ist das ist ja geil als zm wie groß wird mit auch ein riese oder ja 192 das dachte ich mir schon aber er wird trotzdem nichts wert sein ne was für ein kackpack der lacht aber gerne oder plug zwei seltene fitness 1000 ging mal vielleicht für 900 los nach der machen 900 rein warum gucke ich denn noch mal nach ich habe noch ich bin wieder so brain dead schon viel zu spät ich habe doch gerade eben erst einen für 900 reingestellt diese guckst du noch mal nach oh nein oder das ist ja wirklich das ist auf jeden fall mit abstand und ich würde sogar sagen einbegriffen mit fifa 17 und mit einem fifa wo ich bisher megasets hatte ist das das schlechteste megaset was ich bisher hatte kackespieler zwei seltene fitness nur und zweimal rv zu rav die sinnlosesten karten überhaupt rv zu rav lv zu lrv und umgedreht rav zu rv und lrv zu lv das sind die sinnlosesten karten die sinnlosesten positions wechselkarten so ein scheiß die kann ich halt direkt schnell verkaufen die will niemand kaufen die kriegt man nicht los die braucht man selber logischerweise niemals verkaufen krass was für ein schlechtes pack schlechtestes mega set aller zeiten also für mich persönlich jetzt so oh 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 okay ach so ist ein vertragsset oh gott ich wollte gerade sagen es ist vielleicht noch ein normales gold set und da ist vielleicht noch was drin aber es ist ein vertragsset ok dann bleibe ich dabei es ist das schlechteste set aller zeiten für mich lm zu elf aber auch nicht weil ich keine elf position lf position habe deswegen kann ich die verkaufen ich weiß gar nicht könnte sogar ein bisserl was wert sein 850 800 750 ok stellt mal für 650 rein vertragssetten aber wenigstens gold habe ich doch mal und hoffentlich wird noch seltenen und der rest an den verein wir machen unser vertragsset auf sehr geil ach keine seltene gotten aber wenigstens vier gold hat quasi den wert des packs ein bisserl angehoben aber das ist auch nicht wirklich krass ja das war es dann für euch geht ja dann gleich weiter wenn wir wenn ich dann zwei spiele machen weekend liegt und für mich jetzt weihnachtswochenende das heißt ich habe schon wieder eigentlich nur zwei tage zeit und auch wieder nicht den kompletten samstag also ist eigentlich schon wieder sehr sehr ähnlich wie letzte woche ich habe glaube ich im samstag ein bisserl mehr zeit als letzte woche ich hoffe dass nicht wieder ein wackelkontakt bei montröller auftritt also dass das nicht so krass wie letzte woche wird das heißt ich habe den freitag da weiß ich aber auch noch nicht ich habe noch ein bisschen zu tun morgen es ist glaube ich sogar schon freitag oder ja es ist schon nach 100 uhr also heute haben noch ein bisschen was zu tun muss noch einkaufen gehen und so das heißt ich werde auch nicht jetzt von nachmittags an erst mal durch zocken können ich hoffe wieder dass ich meine 15 spiele schaffe am freitag was ich aber bestimmt nicht schaffen werde am samstag der vorteil ist es gibt kein fußball mehr im fernsehen das heißt ich muss mich nicht unterbrechen um hier irgendwie konferenz anzuschauen oder so sondern kann am samstag nicht ganz gut zocken und dann abends so ab um sieben mal wahrscheinlich keine zeit man muss jeder noch auf eine geburtstagsfeier von jemanden und ja das heißt dann also dass ich höchstwahrscheinlich bis um sieben zocken kann am samstag und am sonntag eigentlich überhaupt nicht da gehe ich dann zu meinen eltern wegen heiligabend wird so ja also ich muss eigentlich am samstag durch sein oder ich habe dann wieder katastrophenspiele mitten in der nacht am sonntag weil ich aber keinen bock drauf habe deswegen ich versuche bis samstag durch zu ziehen also dann in diesem sinne bis gleich wieder für euch gibt es dann weiter mit zwei spielen ich mache jetzt erst mal ein cut so wunderschönen guten morgen für euch ist es nur ein schnitt für mich ist es eine neue neuer tag und jetzt muss ich mal kurz mein kabel ja zurecht ziehen und diesmal ziehe es aber so dass hoffentlich nicht wieder blöder wackelkontakt entsteht und dann muss ich noch mein mikrofon das wollte wieder abfällt das muss ich auch noch mal ein bisschen das sieht irgendwie sehr merkwürdig und schief aus was ist denn da passiert irgendwie hat sich komplett verbogen habe ich das gefühl das ist sehr geil natürlich wird doch nicht den billigen ständer holen sollen egal das muss schon irgendwie so gehen jetzt machen wir erst mal unser krasses geiles pack auf und dann geht es zu den weekend league spielen beim neuen controller ich bin echt gespannt aber ich glaube er wird sich wie gesagt ich wirklich viel anders anfühlt ach so ist dann einfach nur bronziverträge sehr 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 geil und wir haben fast 150.000 142.000 und trotzdem zwei neue spieler gekauft also kohlemäßig geht es jetzt und nächste woche wird dann weil dann ja erst mal winterpause bei mir ist und keine passenden infos mehr erscheinen sollten werde ich mir wahrscheinlich mal so spieler ins auge fassen wie alaba oder wieder aber wahrscheinlich zuerst alaba weil ja ich bin mit meinen sechsern ganz zufrieden aber schmelzer wisst du was ich gucke noch mal kurz was alaba kostet ich glaube er kostet mehr als 142.000 aber rein theoretischerweise wenn ich ihn mir leisten könnte dann würde ich mir jetzt holen aber ich glaube der kostet mehr 200 130 alaba incoming alaba incoming scheiße ich weiß nicht was von chemistischen spielen will im moment mal wir gucken noch mal nach was der für attribute hat also er ist ja eigentlich schon recht schnell mit 86 antritt und geschwindigkeit schusskraft fand es ist egal also sehr nur darum ob ich ihn mit enker spiel oder ob ich ihn mit schädel spiel defensive sieht auch ganz gut aus ich glaube shadow wird er noch ganz gut zu ihm passen wobei er hat nur 69 stärke enker macht noch plus 10 auf stärke das wäre auch nicht so schlecht und die aggressivität ist auch recht klein also enker oder oder shadow ich gucke mal wenn es ihnen preis hat mit schädel mit schädel verkaufen und wenn es aber nicht weiter die mit schädel gibt dann nämlich mit enker und da gibt es ihm bestimmt preiswert so 130.000 mal gerade das bild ist was ich gesehen habe unsere 320 120 da gibt es einmal mit sentinel und einmal mit katalys fast beides nicht das was ich will ja aber jetzt sehr viel mehr es gibt ihn einfach 126 mit shadow alles bild ist 120 es gibt 123 ich glaube dann nämlich stehen für 123 mit enker oder hat nur ein vertrag toll was mache ich jetzt was mache ich mir das mache ich jetzt ich mache es mal noch billiger moment wir gehen mal auf 125 er wurde gerade enker 118.000 gerade reingestellt der ist meine die verträge hat er zehn verträge ok fitness ist scheiße aber das ist egal sehr geil sehr geil sogar einen kleinen schnapper gemacht ein klein in klein schnapper gemacht und endlich ist schmelzer weg und wir haben alaba ich will schmelzer recht nicht schlecht ist er hat auch echt geilen scheiß gott aber hat auch echten mist gebaut hat echt schon mist gebaut bei mir im team und er ist ja auch nur ein 80er es ist ja ist ja überhaupt verständlich na auch endlich ist diese baustelle weg das heißt damals mal nicht mehr so viel geld aber ich habe noch haufen spieler im verein die ich verkaufen könnte und das nächste wäre dann wahrscheinlich vital aber also alaba war pflicht da muss ich auch nicht nachschauen aber bevor die die day kauf würde ich auch noch mal gucken was ich noch zum angebot habe ach so schmerzer können wir eigentlich direkt mal auf die transferliste packen mit shadow müsste er auch noch ein bisserl geld bringen und wir knallen aber rein sehr geil okay wir spielen jetzt hier braucht man jemand eine fitnesskarte ich bin jetzt erst mit der karls ua da kann sich aber ein bisschen regenerieren und ja neuer spieler und das war second in vom raphael also wenn es diesmal wieder so ist das second in vom raphael nicht besser ist als rang ist dann drehe ich durch das geht überhaupt nicht er hat so krasse werde er hat so viel bessere werde als als erang ist der muss einfach geiler sein guckt euch die werde ohne chemistry style ein und ich habe ihm die chemistry style maestro gegeben das führt dazu das stellungsspiel über 90 ist abschluss ist über 90 schusskraft ist über 90 ich kann sogar sagen wie viel stellungsspiel ist 95 abschluss ist 94 schusskraft ist 94 fernschüsse ist 95 volleys weiß ich nicht das ist glaube ich nicht über 90 aber das ist auch nicht so schlimm wie gesagt diese werde es nämlich die ersten vier die sind alle über 90 er bekommt auf dribbling 99 ballkontrolle ist glaube ich 96 reaktionszeit ist glaube ich 92 geboostet kurzer pass ist glaube ich entweder 95 oder 99 und langer ich glaube kurzer was ist 99 geboostet und langer passt ist glaube ich 87 also super kranke krasse werte der muss einfach geiler sein als daran ist das finden wir aber erst im nächsten spiel raus war jetzt fangen wir erstmal an mit der kaisio a und da haben wir auch einen neuen spieler mit rafael hier auf die bank packen und zwar haben wir da das habe ich noch gar nicht reingesetzt sehe ich gerade torera wird ausgetauscht für milinkovic savage der glaube ich der bessere sechser ist und auch einen besseren distanzschuss hat beziehungsweise hat über 90 schusskraft 91 schuss gehabt immer 79 distanzschuss leider können wir die schusswerte nicht boosten weil wir natürlich bei jemandem der nur antritt von 70 hat brauchen wir natürlich shadow was geil ist ausdauer 87 stärke 88 ungeboostet also hat richtig gute physische werte ist 191 groß also noch ein kopfball monster und ja ich bin gespannt wir dürften jetzt mit gedira und dem milinkovic ziemliche monster haben ziemliche mauern als sechser und jetzt fangen wir einfach mal an ich will mich konzentrieren was ich vor allem machen will ist weil komm wir sind letztes mal gold 2 gewesen mit dem kaputten controller also muss jetzt irgendwas gehen so und ich will auf jeden fall nicht mehr so viel darauf eingehen was scheiße läuft also ich werde nicht mehr sagen der pass wurde verkackt oder das wollte ich da nicht hinpassen der spieler hat scheiße ausgeführt ich sage das immer weil ich immer angst habe dass wenn ich das nicht macht ihr denkt ich habe mit absicht irgendwie total dumme idee gehabt und wollte den zu blöd spielen es ist aber meistens ein fehler und ausführungsfehler von demjenigen der den pass spielt oder so was und ich habe einfach gemerkt wenn ich jedes mal darauf eingehe was die falsch machen dann rege ich immer mehr auf deswegen versuche ich jetzt nicht mehr so viel darauf einzugehen was die falsch machen damit ich mich weniger aufrege und noch konzentrierter und besser spielen kann mal gucken ob das klappt keine ahnung aber das war mein plan für diese weekend liegt und jetzt fangen wir an und konzentrieren und ich bin gespannt wie sich der neue controller spielen lässt hauptsache erst mal ohne wackelkontakt also da kann schon mal nicht so viel falsch werden okay ich merke jetzt schon dass sich der linke stick definitiv anders anfühlt und wie gesagt die knöpfe sind ein tic anders aber er ist ein bisschen glatt auf jeden fall der linke sticker muss wieder wieder umgewöhnen man merkt also ich muss jetzt schon sagen ich merke jetzt schon unterschiede auf jeden fall von daher mal schauen wie es weitergeht nicht dass ich dann ich rutsche ein bisschen ab vom stick muss ganz ehrlich sein ich rutsche ein bisschen ab er ist sehr glatt also ist dann doch komisch das habe ich erst jetzt wo ich steuer ich habe vorher schon ein bisschen geguckt aber das ist aber das mit dem abrutschen ist echt jetzt schon nervig muss ich jetzt schon sagen scheiße mein ecke ich meine es gibt solche aufsätze die man was keine ecke ok dass die aufsätze die man drauf machen kann damit man mehr grip hat vielleicht muss ich mir die dann holen das war oder Milankovic oder wie er ausgesprochen wird ich glaube sein vorname steht da ich habe wenigstens mal ein schuss verteidigt stellungsfehler direkt ausgenutzt und die knöpfe sind halt lauter aber das stimmt jetzt nicht wirklich und er macht ihn Kedira sehr geil das hätte ich nicht gedacht muss ich ehrlich sagen aber wir waren halt ganz gut ausgerichtet aber Kedira der Kapitän macht ihn sehr sehr geil sehr sehr geil sind auch bisher der bessere Spieler denke ich von den Chancen hätte es vielleicht nicht unbedingt verdient war jetzt auch keine wirkliche hundertprozentige Chance eher so eine Halbchance die wir halt machen aber Gegner hat auch keinen einzigen Schuss abgegeben wir verteidigen gut und ich hoffe mal dass wir weiter so spielen können stimmt da hat ja auch Bailey mit drin das ist natürlich ein bisschen gefährlich weil er ist zumindest ich kann ziemlich gut mit ihm spielen und das ist merkwürdig warum und es gibt ein Lackertor schade kann man nichts machen haben wir denke ich gut verteidigt hat er Glück wie er da auf links an den Ball kommt hat er Glück wie er hier dieses diesen Abpraller noch bekommt und ja einfach weiter so spielen wie bisher dann sollte das mit einem günstigen Ausgang für uns sein hat er leider auch gut gespielt aber glücklicherweise nicht zum Erfolg geführt schade schlechte Ballannahme nächste Lackertor Glückwunsch verstehe ich auch nicht wie Commander an mir vorbeikommt hier bei dem Pass da bin ich eigentlich dran aber egal zwei Lackertore ok macht nichts auch wenn es absolut unverdient ist ok da haben wir Glück unter den ich mach keine Ahnung was jetzt los ist also er kommt jetzt irgendwie viel besser durch als am Anfang ich hab nichts anders gemacht er kann auch nichts geändert haben also hat er ja nichts gewechselt oder so 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 der ist komplett matschig das sehe ich ja daran also wenn sie nicht wenn sie nicht irgendwie das geändert haben mit der genauigkeit dann ist der ja komplett ungenau ok ich werde doch ein xbox controller bestellen müssen dann werde ich einfach den hier ja quasi deutlich billiger war einfach als ersatz controller nehmen muss ich mal gucken habe ich dann die restliche weekendlig jetzt mit dem controller spielt oder dann doch wieder auf meinen wacker kontroller wechsel das wäre natürlich bitter scheiße mein ich könnte den jetzt auch zurückschicken aber es macht einfach sinn dass ich dann ein controller hat dann auch irgendwie funktioniert als ersatz controller würde ich die wahrscheinlich behalten wenn wir einfach noch ein xbox controller original bestellen schade war halt echt gut bewertet und hatte über 100 bewertungen also ist es unwahrscheinlich dass ich gefakt wurde und alle ich bin irgendwie ein bisschen irritiert dass es am anfang gut ging und jetzt nicht nicht mehr ich wechsle auch jetzt mal aus 4 1 2 1 2 sehr schön mit ricardo nachdem viele liebe auf der seite fall hin und es ist ein elfmeter da wollte ich nicht hin flanken er ist egal wollte ich übergeben scheiße oh ne oder und der lässt sich da so behindert fallen kotzen alter es war auch gerade wieder irgendein problem mit dem controller ok der controller ist anscheinbar nicht dafür gemacht um hier sowas filigranes ein fußballspiel zu spielen ich denke wenn man mit irgendein action spiel oder so spiel ist wahrscheinlich scheiß egal am falschen ende gespart mal wieder was heißt mal wieder in dem fall schade das hätten wir mal mit einem tor uns belohnen können ach ja ich habe überhaupt nicht umgestellt ach bin ich blöde ne also dem controller kann ich leider doch nicht empfehlen schade da ist das spiel fieber einfach zu filigran das merke ich vor allem hier oh gott oh gott oh gott oh gott und wenn das hier schon so ist dass es total woanders hin zieht als ich eigentlich denke dass es hinzieht das hätte auch mal ein tor sein können aber ich werde direkt nach dem spiel meinen alten xbox controller wieder anschließen und gucken dass ich da vielleicht mit weniger wackelkontakt als beim letzten mal spielen kann das ist so bitter oder jetzt muss ich die zweite weekend league mit dem scheiß controller spielen also mit dem wackelkontakt controller oder halt mit dem und ich glaube da nehme ich lieber den wackelkontakt controller wo ich aber weiß es wird genau dahin gezielt wo ich möchte dass es hin zielt weil das ist einfach scheiße und ich habe jetzt auch irgendwie kein vertrauen mehr darin das spiel noch zu drehen ehrlich gesagt sind meine spieler so langsam oder was ist denn hier das problem zumal jetzt auch bei jedem fehler mich fragen liegt es am controller oder liegt es an mir deswegen muss ich auch den anderen controller wechseln damit ich das aus meinem kopf rauskrieg das ärgert mich gerade das ärgert mich gerade richtig weil ich jetzt einfach nicht sicher sein kann ob ich das spiel vielleicht mit meinem xbox controller gewonnen hätte also wir hatten jetzt auf jeden fall in der zweiten helft die schon chancen für drei tore ärgerlich 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 ja die steuerung ist zum kotzen ach das ärgert mich das waren so viele gute bewertungen auf dem ding 115 oder sowas man hat sich ja auch im ersten moment so angefühlt als ich noch nicht gesteuert habe wie der xbox controller aber naja alter wie kann denn die kartideen verschießen aber gut es kann halt sein dass er einfach richtig scheiße zielt der controller trotzdem die vierte chance zum tor jetzt ist das ding halt eigentlich auch durch auch ich wechsle auf jeden fall auf dem spiel zum xbox controller scheiße auf dem makkelkontakt ach ist das bitter schon wieder so eine scheiße mit dem controller ich will doch einfach nur in ruhe meine weekend league spielen jetzt brauche ich mal wechseln das spiel ist durch und ich brauche den anderen controller ich kann nicht mit freien kopf spielen so ist das nervig und jetzt ist natürlich wochenende das heißt ich muss halt warten entweder müsste ich morgen am samstag einen tag vor weihnachten irgendwo hinfahren mediamarkt oder so und mir ein xbox 360 controller kaufen mit kabel wo ich keinen bock drauf habe wo ich auch gar nicht weiß ob die überhaupt was haben mit kabel oder den nur den wireless ach nee also da kann ich mir den schirm bestellen und auf nächste wache warten ey ach so unverdient scheiße mann komplett unverdient ist aber auch egal wie gesagt wir haben einen scheiß controller wir können auf den controller schieben und natürlich aufs pech weil wir hatten vier großchancen hätten also locker jetzt hier schon ja wenn alle reingang wären hätten wir halt jetzt einen 5-3 gehabt aber es hat halt nicht sein sollen was soll es ich weiß noch mal Fußgrätschen und fertig das heißt ich werde live hier in der aufnahme mit controller wechseln müsste sogar gehen ich glaube da muss man nicht aus dem spiel rausgehen oder so das geht auch so ich werde auch jetzt anders das kabel legen dass ich vielleicht das risiko ein bisschen vermindert dass es einen wackelkontakt gibt so ja dann von scheiß controller schade siehst gut aus man hat das gefühl du bist ein expert controller aber du bist halt keiner ich verstehe nicht wie man die genauigkeit verkacken kann und ich verstehe vor allem nicht wie bei 115 bewertungen das ding viereinhalb sternen hat von fünf und ich verstehe nicht wie man die genauigkeit verkacken kann und ich verstehe nicht wie bei 115 bewertungen die Und da nichts Negatives steht, oder fast nichts, aber, ja, na, ist das egal. Und wie gesagt, ich kann mich vorstellen, ich habe auch geguckt hier, ich habe mir gedacht, naja, sind die Bewertungen gefakt, auf Amazon gibt es ja auch, aber ich habe geguckt, ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass ich da bestelle und ich war der Meinung, das sieht eigentlich relativ safe aus. Eigentlich müsste ich den Drohner zurückschicken, weil er ist ja eigentlich auch nicht so gebrauchen als Ersatz, also, hm, ist auch nicht so richtig. Ich glaube, das muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich den Ersatzcontroller behalte, oder ob ich den einfach zurückschicke und mir die 16 Euro wiederholen. Das ist natürlich alterlich. Ha, was mache ich denn jetzt damit? Tja, geht die Weekend League leider überhaupt nicht gut los. Ich hoffe, dass wir jetzt in dem zweiten Spiel einen Sieg einfahren, damit ich meinen Kopf wieder resetten kann. Und ich hoffe, dass mir am Ende der Weekend League nicht irgendwie ein Spiel fehlt für die nächsthöhere Stufe. Damit ich dann, ja, nicht dran denke, ha, hättest du das erste Spiel mal mit dem anderen Controller gespielt, hättest du es vielleicht gewonnen. So, jetzt habe ich nochmal woanders angeschlossen, den Xbox-Controller, und versuche jetzt mal das Kabel so zu legen, dass das Risiko zumindest geringer ist, dass wir hier, ach, wie sich es direkt wie galer will anfühlt, ey. Dass das Risiko geringer ist, dass wir Wackelkontakt bekommen. So, egal, ist egal, wir haben jetzt das Spiel verloren, scheißegal, es war nicht verdient, aber spielt keine Rolle, der Controller war schuld, und wir spielen jetzt mit der Bundesliga, und gewinnen jetzt einfach jedes Spiel mit dem alten Controller, mit dem alten Controller, der keinen Wackelkontakt hat, aber wo wir jetzt einfach so spielen, dass der Wackelkontakt keine Rolle spielt, Punkt. So, ich bin mal gespannt auf Raphael, aber, wie gesagt, über 90 Stellungsspiel, Schusskraft, Abschluss- und Distanzschusswert. Also, alleine von den Toren, die der erzielt, aha, der hat den 80er Torhüter drin, das ist ein merkwürdiges Team, ein merkwürdiges Hybrid. Ja, alleine die Tore, die er erzielen, müsste, aufgrund seiner Werte, die müssten dafür sorgen, dass er besser ist als Aranke, also das geht gar nicht anders, und er hat auch gute Passwerte. Wobei, ich glaube, da ist Aranke sogar ein Tick besser, zumindest beim Distanzpass, beim kurzen Pass vielleicht nicht. Ach, scheiße, jetzt ist der Wackelkontakt schon wieder da. Okay, jetzt ist er weg. Machen wir mal, dass es so bleibt. Ist es jetzt eingefroren, oder? Ich glaube, wir hatten es schon mal, dass wir ziemlich lange warten mussten. Also, es läuft auf jeden Fall noch, man hört auch im Hintergrund, oder ich höre im Hintergrund, wie der unsichtbare Spieler den Ball führt, wenn er jetzt gegen irgendwas geschossen hat. Ich glaube, ich habe es auch schon mal, dass es ewig lange geladen hat, und dann ist es ins Spielbild schon gekommen, und dann ein Spielbericht entscheidet, abgebrochen, bla bla bla. Aber mir ist ein bisschen warm, vielleicht nutze ich die Gelegenheit, und ziehe meinen Pullover aus. Ja, da fällt natürlich direkt wieder der Controller aus, wenn ich ihn hier bewege. Oh, was ist das jetzt bitte für eine Scheiße, dass ich... Aber gut, ich habe letzte Woche mit dem Controller Goal 2 geschafft, also... Und hatte sogar noch ein Spiel übrig, es geht also schlimmer. So, geht es jetzt weiter, wenn ich das Spiel nämlich, also wenn ich jetzt hier aus dem Spiel rausgehe, dann zählt das, glaube ich, als abgebrochen, und ich bekomme eine Niederlage. Deswegen würde ich das sehr gerne vermeiden. Ach, Mann. Anscheinend will diese Weekend League direkt meine Moral in den Keller treiben. Der Controller, scheiße, okay, dafür kann ich die Weekend League nichts. Aber wenn jetzt direkt das zweite Spiel noch verloren geht, weil ich hier rausgehen muss, weil es nicht weitergeht, und das als Niederlage zählt... Ach, da bin ich da direkt wieder auf 180, das will ich doch nicht. Komm, das ist auch schon wieder Zeitverschwendung, ich will da einfach nur spielen. Ich breche jetzt die Aufnahme hier ab, und da die Aufnahme auch schon ziemlich lang ist, werde ich hier wahrscheinlich auch kein weiteres Spiel ranhängen und einfach die nächste Aufnahme starten und jetzt entweder noch fünf Minuten warten, in der Hoffnung, dass es weitergeht, oder einfach abbrechen und die Niederlage in Kauf nehmen, was soll's. Also, ja, Praxis, das war eine Scheißaufnahme irgendwie, okay, wir haben eine Inform gezogen, aber ansonsten, ich werde jetzt hier ohne Aufnahme noch eine Minute warten, und dann breche ich es wahrscheinlich ab. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.